Wie ihr ja vielleicht noch auf Facebook gesehen habt, dieses Vorbesteller, Vorbesteller, wie nennt man das, Extra, was ich bei Amazon bekommen habe, diesen Code habe ich noch nicht freigeschaltet, weil wie gesagt, das ist jetzt gerade hier, ja, noch vorm Release eigentlich und ihr habt gesehen, die Server sind irgendwie nicht da, überlastet, whatever. Und ja, das habe ich nicht freigeschaltet.